Wenn ein streng geheimes militärisches Experiment daneben geht, wird das streng geheim gehalten. Aber das gelingt nicht immer. Damals nicht. Und heute nicht. Nicht schon wieder. Toll treiben es die wilden Zombies. Sie sind wieder da. Und diesmal meinen sie es ernst. Ist das gefährlich? Ist der Tod gefährlich? Du kannst sie nicht aufhalten. Okay, du Dreckstück. Sie machen wirklich einen Fehler. Du kannst sie nicht töten. Die Toten, die nicht tot sind. Sie kommen zurück. Gerade wenn du denkst, dass Todsein todsicher ist. Diese Dinger da draußen sind eklig. Sie sind dreckig und dumm. Und es ist mir egal, wen sie tot sind. Ich hasse sie. Hör auf damit, Junge. Toll treiben es die wilden Zombies. Ich habe auch hier in der Nähe. Juridisch. Das ist mir egal, was ich euch heute hier passiert. Ich kann das in der Nähe. Ich bin, ich bin. Und ich bin.